Hallo zusammen, mein Name ist Marco Blind, ich bin der Inhaber von City Channel 1. City Channel 1 ist der junge, trendy und internationale Sender, wo es jetzt auch gleich schweizweit gibt. Mein Sender hat ein Ziel, das ist die Jugendkultur näher zu bringen. Es heisst schon von den älteren Leuten, dass die Jungen immer so schlimm sind. Wir behaupten das Gegenteil, wir sind offen. Bei uns haben Ausländer Platz, wie auch die Schweiz selber. City Channel 1 steht für Offenheit, Internationalität und natürlich immer das Neusten. City Channel 1 sollte die Jugendkultur inspirieren. Das heisst, so wie in der Musik, so wie in der Filmbranche. Wir versuchen das Bestmögliche zu machen, um die Jungen zu unterstützen. Der Zendiger ist unsere Regisseurverantwortung hier hinten in unserem Regierraum. der schaut, dass die Sendung richtig fetzt. Aber, damit diese Sendung fetzen kann, braucht es einen guten Moderator. Und der ist wo? Ganz genau im Studio. Und dort gehen wir jetzt an. Jetzt sind wir im Studio von City Channel 1 angelangt. Hierin werden diverse Sendungen produziert. Aber nicht nur im Studio, sondern auch auswärts haben wir unsere eigenen Sendungen. Die grösste Sendung, die wir je produziert haben, war eine Reality. My World hätte geheissen. Dort haben wir sieben Leute nach Afrika geschickt. Und diese mussten uns ein Dagenbuch liefern. Apropos weiter weg. Wir haben ganz viele Ziele gesteckt, die wir angefangen haben am 1. Juni 2008. Und zwar haben wir gesagt, bis aus 2010 wollen wir schweizweit sein. Und am 4. Januar 2010 ist es so weit. Also sind wir voll im Plan. Wichtig ist, wenn man im Plan sein will, dass auch die Kommunikation stimmt. Und das ist ganz wichtig bei einer Live-Sendung. Und die ganzen Anlagen, die befinden sich auf dem Dach. Und dort haben wir jetzt alle. Jetzt sind wir auf dem Dach. Damit wir Programme einem anderen Veranstalter schicken können oder unser Programm sogar über das Satellit verbreiten können, brauchen wir eine solche Uplink-Antenne, wie die grosse hier hinten. Möchten wir von einem anderen Veranstalter Programm haben, wie z.B. Muse oder kleinere Beiträge, brauchen wir einen Downlink-Satellit. Das ist dieser hier hinten. Sieht gleich aus, hat aber eine total andere Funktion. Was wir nicht von einem anderen Veranstalter wollen, ist eine Rotung und die Kisse. Jetzt verabschiede ich mich mit diesen wunderschönen Bildern von Dach. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.